So, Halli Hallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Flex. Es steht aktuell 15 Wins, 12 Losses, Bläsen, Platin 4,0 LP. Und ich wäre schon wieder als Bottomist sein worden, dreimal jetzt in Folge. Ich weiß nicht, Platin bringt irgendwie Pech, was die Rollenverteilung angeht. Da wollen anscheinend viele Leute auch Support sein. Wie es aussieht. Naja, wir haben jetzt im Team so ein bisschen rumgesquitcht. Der Toplaner hat die Rolle des Bottomlaners übernommen. Der Bottomlaner... Ne, ne, also, ne, Moment. Ich war Bottomlane. Also, ich habe die Rolle des... Scheiße, wie waren das jetzt? Ich bin Support. Der Bot... Der Support ist Top und der Top ist ADC. So, wir haben es im Dreieck getauscht. Ach, lol, warum kriegst du sowas nicht hin, selbst zu verteilen, Mann? Wir spielen gegen Xayah Rakhane, steht Match 9.15. Und wir haben einen Tank gebraucht, also spiele ich Leona. Und ich hoffe, das wird ganz gut. Eigentlich wollte ich Sona spielen, aber... Wird Tank gebraucht, ist Sona nicht so gut. Die wäre da zu squishy. Gerade bei solchen Champs wie Camille oder LeBlanc ist Sona, glaube ich, ziemlich schnell tot. Ja, und deswegen, Leona war das erste, was mir gerade bei Tank so eingefallen ist. Haben wir auch schon länger nicht mehr gespielt, meine ich. Ne? Wenn ich mal so auf die Liste gucke. Zumindest die letzten neun Matches haben wir sie nicht gespielt. Und das heißt, es ist wieder Zeit, weil neun Matches, aber heißt, zwei, drei Monate. Ja. Outhin. So, Rakan, der will richtig deep. Der, der, der hat schon seine Kugel... Ich finde die Kugel auf Rakan so kacke. Warum levelt man die zuerst? Komm nicht ran. Oh. Oh. Hab nix. Oh, ich hätte Ignite machen sollen. Scheiße. Hat die keinem Ward? Die hat auch ein Ward. Ah, die haben Reksa im Jungle. Okay. Ich brauche level 2, sonst. Sonst wird es nix mit den Gangs. Äh, mit den Gangs, mit den Engages. So, aber der hat jetzt auch gleich level 2, und zwar genau nicht jetzt. Hat er gerade das Minion verpasst. Wir brauchen noch 2, noch 1. So, alles klar. So, wie steht es denn gerade? Wir haben die Halfpots draußen. Wir sind in der schlechten Position. Au. Ja, ich kann gerade leider echt wenig machen. Scheiße. Na, da kann ich noch mal gut daumen. Ich muss die Ignite mal raushauen, ganz ehrlich. Vielleicht trauen wir uns dann mehr reinzugehen. Ich will am liebsten das Pikminieren, aber die halten uns zurück. Naja, Krakan mit seiner geilen Kuh. Der hat es drauf. Und LeBlanc hat das First Blood mit dem Jungler gemacht. Ne? Ja. So, einfach den Gegner ein bisschen ranlassen. Oh, ich hab 2 Stacks. Zack. Und. Ich will da nicht rein. Shit. Ja, die ist zu low. Die kann da nichts machen. Oh, das Lied ist nice. Nope. Verpiss dich. Oh, komm, jetzt Kintritt. Ah, Rek'Sai ist auch hier. Die wollen... Wollen die mich jetzt diven? Echt jetzt? Oh, nein. Ah, scheiße. Okay. Einer. Hab ich denn mit Ignite noch bekommen? Das wär nice. Puh. Puh. Okay, knapp. Aber die wollten... Die haben mich echt gedeift. Krass. Mies. Wir haben so viel AD... Ah, der sollt auf, genau. Oh. Oh, wenn Trist jetzt... Jawoll. Und? Die kriegt nochmal einen Jump, ne? Oh, sehr schön. So, Achtung. Da kommt Camille. Ah, ja. Die hat nochmal einen Jump. Okay. Ist safe. Glaub ich. Oder? Ja, die ist safe. Dann mach ich kurz das Portal kaputt. Zack. Oh, es geht echt schnell. Ist ja entspannt. So, jetzt. Level 3. Alle wichtigen... Level 4 sogar. Alle wichtigen Fähigkeiten sind da. Jetzt kann ich auch gescheit engagen. Aber erstmal... Post Decks nachholen. Okay, die hat BF so... Ah, scheiße. Ah, Trist hat da jetzt noch keine Items, ne? Weil die die Kills erst jetzt bekommen hat. Also muss die erstmal weggehen. Ja, dann gehe ich auch weg. Dann hole ich mir zumindest noch ein bisschen Armor. Die ist weg. Ja, auch. Alles klar. Klein bisschen Armor. Kommen wir zusammen auf die Lane. Und die sollte jetzt auch einen BF Sword haben, ne? Jawoll. BF Sword und... Dagger. Oh, ne. LeBlanc on. Och, nö. Leute. Bitte feedet nicht LeBlanc. Oh, scheiße. Also, Mittlerner hat Teleport. Okay. Ich weiß nicht, ob... Ist das gut auf Kartus? Kann sein. Scheiße, ich bin... Nein. Es tut mir leid, Trist. Ich konnte nichts machen. Nein. Die Gleit war zu lang. Ja, ich... Oh, scheiße. Da haben mich die Federn voll genutzt. Und wieder mal ganz kurzer Freeze von meinem PC. Geil. Okay, der Jungler ist hier. Vielleicht. Ich will da mal nichts riskieren, falls er von hinten kommen möchte. Scheiße, ey. Ja, sieh rein. Ich kann... Schlecht sofort engagen. Farmtechnisch ist Xaya jetzt drüber. Oh, oh Gott. Was war das denn? Okay, jetzt geht... Die geht richtig steil jetzt. Xaya kann so richtig gemein sein. Ich will da echt nicht... Nicht ran, aber ich... Ich brauche eigentlich den... Stack. Ja, Midlane Teal. Lass mal... Okay. Ne, Midlane ist wieder da. Xaya hat ihren... Warp noch. Ich setze den trotzdem mal rein. Die hat kein Mana. Und Rek'Sai ist Top Lane. Also, theoretisch... Na gut, theoretisch könnten wir rein. Ich glaube, Level 6. Ja, die soll erstmal kurz warm. 42 zu 56, aber ein Kill voraus sollte alles even sein. Zack. Enemy has been slain. Ist gut. Das war Rek'Sai. Oh, oh. Oh. Rampage... Der killt die nicht. Niemals killt der die... Der stimmt dann nochmal selber. Karthus hat aktuell 0 Damage. Erulten aber. Na, wer weiß, vielleicht kriegt der doch noch was. Ne. Aber Quinn kriegt was. Also, das ist doch Overs, wenn Quinn was kriegt. So, wollen die jetzt fett rein, oder was? Komm hier drauf, hier rauf. Nein. Als ob. Oh, warum ist die Trist nicht sofort hingesprungen? Oh, die... Oh, nee. Ja, warum... Ich war so geil auf der Xayah drauf. Warum ist die da... Die haben alles rausgeklatscht. Und die hat den Rakan angegriffen. Hat die keinen Jump gehabt, oder was war da? Auch nee. Ey, was für eine Scheiße. Ich hab wieder keine Lust. Ach. Fuck. Was, ein Item hol ich mir denn jetzt? Leben ist, glaube ich, ganz okay. Ich weiß nicht, was ich holen soll. Lock it. Guck mal so die Basics. Och, Mann. Das war richtig bescheuert. Ich hätte ja nicht mal gedacht, dass ich die eh lande. Aber dann war sie doch da. Zieh ich mich rein. Und dann kommt so eine Scheiße. Waren es Late-Reactions? War die weh draußen? Ich... Ich hab echt keine Ahnung. Ich flame da jetzt auch nicht. Schade. Oder war das vielleicht doch Vorsicht, weil sie wusste, dass Xayah noch die R hatte? War das vielleicht doch Suizid mäßig von mir? Das war halt schon eigentlich ganz geil gelandet, ey. Vor allem, weil der Rakan noch keine Level 6 zu dem Zeitpunkt hatte, erstaunlicherweise. Okay, Quinn geht wenigstens ab. Das ist gut. Ein paar Leute haben geflasht. Ich hab geflasht, Xayah hat geflasht und Rekhzai hat geflasht. Bei Rakan weiß ich's nicht. Okay, zwei Gegner sind vor allem gefeadet aus dem Gegner-Team. Ah, mit und Jungle. Ah, die haben geswappt. Das heißt, wir dürfen jetzt gegen Camille antreten. Und Quinn ist gerade gest... Hä? Moment mal. Rakan supported Camille? Komm, wir kriegen die. Oh, Trist, wir würden die sogar bekommen. Greif den an. Ah, wir haben keinen Turut mehr. Fuck. Okay, dann bin ich tot. Ich versuche so ein bisschen zwischen den Minions zu stehen, dass ihr noch schön da Damage bekommt. Ah, scheiße. Nein. Nein. Oh. Ah, ich hab einfach 0 Mana für die Kuh noch. Scheiße. Was nehmen wir denn? Komm, ich hol den Chill. Ich hol Egez. Oder... Nee, ich will mir erstmal kurz Boots. Was will ich denn für Boots? Ich will... Mercury will... Mercury will ich. So. Und dann kann ich mir trotzdem... Zumindest den Mantel nochmal holen. Oh, das Match ist schon wieder so ein Durchen. Na, ich stehe 1-3 ein. Oh, nee. So unlucky. So unlucky und... Yo. Kann er, kann er nichts machen. Das macht Trist. Die kann er auch nicht so viel machen. Sie sollten lieber back gehen. Also, nicht back, aber so ein bisschen Abstand halten. Alles okay? Jetzt ist Rakan wieder bei Xayah. Okay. Er hat beide 5 Kills und 4. Nur die Botlan hat keine Kills. Die hat sie jemand anderem überlassen. Komm, 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 komm. Oh, nein. Ich habe... Oh, sorry. Meine Kuh war too strong. Scheiße. Mann, ich will die Kills gar nicht. Okay. Also, Camille ist wenigstens noch relativ squishy. Das ging eigentlich noch von der Tankiness. Der Turret ist weg. Alles klar. Ich bin mal auf Midlane vorbei. Ah, Kindred steht auch nicht so gut. Oh, die haben den... Rift Herold. Beschworen. Scheiße. Wohin soll ich? Wie sehr wird Trist verfolgt? Ich glaube, die haben abgelassen. Kann das sein? Oder die... Naja, ups. Oh boy. Ich habe keine Wards. Die verfolgen die jetzt. Krass. Aber... Tristes Tod. Ja, was? Geh mal rein. Geh mal nicht rein. Ah, ich bin gecharmed. So. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich hatte eine Ult. Wer sie braucht. Rexai vielleicht. Nee. Okay. Ich gehe doch. weg. Und der kommt jetzt mit so einer riesen E. Nee, kommt auch nicht. Äh, den Schild. Aber was wir uns noch nicht leisten können, hole ich erst mal das Support-Item noch. Ausgebaut. Kann man als Trinket wechseln. Mir einen neuen Control-Ward kaufen, dass ich auch mal dran denke. Die haben leider den zweiten Drake mittlerweile. Hm. Ah, nicht so gut. Ich stehe mittlerweile wieder relativ even. Ach, er kann. hat es auch nicht so gut erwischt. Er hat es auch nicht so gut erwischt. 1-3-3. Dafür, dass er eigentlich ganz... Ups. Ganz gut gebullied hat. Ich kann da nichts weiter machen. Ja, okay. Gut gecatcht. Super. Ich habe jetzt auch keine Ult. Aber mit Kartus kann ich sowieso nichts reißen. Oh Gott, ich muss weg. Ah. Ah. War blöd. Okay, ich lebe noch. Alles klar. Xayah ist tot. Yes. Quinket ab. Wir müssen kündprotecten. Wir haben auch 3 AD, ne? Das heißt, wir haben mit Ninja Tavi schon ein gutes Spiel. Und hier haben... Die haben auch eigentlich 3 AD. Warum hol ich mir Lockheed? Ich hol mir Lockheed, wenn du dann erstmal ein fetten Armor-Item hast. Ich vergesse manchmal, dass Rek'Sai auch AD ist. Ja, 3 AD gegen 3 AD. So viel... Doch, die haben schon ein bisschen CC. Mercury Treads ist schon in Ordnung. So, was machen die? Versterben. Ey, ich hasse die Scheiße. Ich habe doch geehrt. Ich lebe noch. Jetzt, äh... Ah, ich lebe immer noch. Cool. Nein. Puh. 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 Überlebenskünstler hier. Ooooooh. Ooooooh. Schön. Was haben die so tief da hinten gemacht? Die wurden ein Turret. Und dann wurden sie gecatcht, oder was? Och, Leute. So, ähm. Mit mir jetzt schonmal Armor. so jetzt leute geht das war auch wieder so sieht das war suizid reingejumpt ich habe nichts danke nicht ja ich hatte nichts zurück jetzt die reform so nice blämmt die mich? die blämmt mich oder? ach ok soll sie mich halt blämmen verletzt ja nicht mal die gefühle oder so oh die aaaaaaah shit hätte vielleicht nicht zum tunnel gehen sollen so ich kann mir jetzt locken, ne noch nicht 150 den einen kill tristana den hättest du echt im early game holen können oder was heißt early game als wir level 6 hatten am turret das lässt mich jetzt echt nicht locker warum die da nicht einfach hingejumpt ist ja was jetzt so trist cardos alive ah die ist da gestorben quinn geht immer noch steil wieder so eine beschissene situation bei respond in sieben sekunden da ist ein wort drin ein control wort das wird jetzt gecatcht oder oder ich er wird gecatcht ja ich komme da nicht hinterher kartus 1638 ich komme da nicht hin was soll ich da machen ich kann da nichts tun randu ins omen ja die haben baron wir haben den ersten drake jetzt wir holen dann nicht auf oh gott die wollen mein arsch nicht mein arsch auch nicht haben wir auch mit der scheiße man jetzt mal den solch gegen worden nee nee jetzt müssen wir den blöden bach wieder absetzen still sitzen ist so mies ja da haben die wischen zack 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 und zack weiß ich gold keine ahnung was tristen im blubber machen möchte oh was ich habe irgendjemand geschaut ich komme nicht hinter ja wahrscheinlich kommen die habe ich erwischt was eine miese scheisse scheiße du hattest ja fucking holt wer denn kindred ach so okay trist ist fucking mad ihr hatt keinen bock mal auf die scheiße ich kann mich gerade nicht um die tunne kümmern ich muss erstmal kurz die minuten abhalten zack also fahren wir kriegen die hin bitte bitte sagt mir dass sie das hinkriegen oh boy ja ich geh zu trist acht kindred lebt okay trist hat kein bock mehr auf den ach scheiße oh fuck ey fuck 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 sind mal kurz weg holen wir leben und noch mehr armor 1 7 5 3 9 5 belastend ey wer hat noch barren buff wie lange gleich gleich abgelaufen okay nicht mehr lang nicht mehr lang ja komm ich komm mal den ward weg so okay äh jetzt soll der buff abgelaufen sein eigentlich ich hab glaube noch nie gerade dieses oracles verwendet in den match ich komme einfach nicht an die richtige stelle dafür oh quinn kann sich bald ein nettes neues item leisten ich will einen kill ich komm nicht hin ich hab den falschen gedings nein fuck ja gut auf kardus ja so ne scheiße so ne scheiße ja mit kardus kann ich na der anfang des kampfes lief gut das ende nicht mehr oh ne so jetzt kommt die lost streak ey jetzt kommt wieder gold 1 ich weiß es ich weiß es pfff das ist richtig bitter das ist richtig bitter nein nein oh voll daneben oh ok ja zu suizid mäßig ich merks oh ne jetzt kommt die kardus ult wow genau ich hatte halt nicht chasen sollen war dummheit von mir da wenn es wieder da jetzt hat sie hier oh ja und die will leblanc am liebsten na kann ich mir vorstellen die hat so ein jahr und riss ist tot ouch den habe ich gerade gedings ich lebe noch ich lebe noch ich habe jemanden geschaut und ich bin unbesiegbar fast kindred hat sich flash oder irgendwas oh boy oh boy ja ich glaube das oh das ist ein loss alles klar gg pfff pfff defekt aber schön reingerieben bekommen naja hammer ach quinn quinn war am coolsten ok aber immer noch platin 4 entspannt sehr entspannt Arang ok gut dann würde ich sagen das war es wieder für das flex wie immer vielen dank fürs zuschauen also so langsam da wird es mal Zeit für ein Sieg ich hatte fast genauso viel Kohle wie Trist und Kartus pfff das tut weh Moment hatte ich mehr Damage als Kartus ne aber so viel wie Trist und das ist irgendwie auch schon traurig das ist richtig traurig oh oh mh ok unangenehm gut also wie immer vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten flex euer hensenpeter ciao Physiker b b Vielen Dank.